Moin Leute, herzlich willkommen bei Anthony's RC Hobby Garage. Heute neuen Dirt Park austesten. Da oben ist René. Da ist der Skatepark. Da sind meine Leute. Die sind noch am rumschrauben. Jetzt ist dreimal Queten am Start. Der Marco ist auch noch da. Und wir haben keine Ahnung. Hier sind so viele Leute, das ist ein bisschen schlecht. Aber wir versuchen uns noch ein bisschen zu engagieren gegenseitig, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Ja, Marco ist da hinten. Auch mit dem Queten XB V2 sowie René. Und ich mit meiner alten Möhre, die genauso gut ist. Nein. Die noch viel, viel besser ist. Nein. Na gut, alles klar. Mal gucken, was wir hier so machen können. Der Hügel ist kacke. Man sieht ja auch hier gar nicht. Da ist er schon verschwunden oder umgekippt. Da ist er. Und Putzelbaum. Da muss ich mal hin. Ja, hier sind auch auf dem Brennnessel. Ich und kurze Hose. Perfekt, da geht's nicht. Hat's knack gemacht. Ich hab meine Kamera laden sollen. Hast du die gemacht? Nein. Vergessen. Ich dachte, da ist noch so eine Saft drauf. Aber passt hier. Ach du Scheiße. Du kannst doch mal sehen, wie hoch die Hügel sind von hier unten. Eieieiei. Also auf jeden Fall ziemlich trocken und der Boden ist ziemlich fest. Da haben die Autos nicht so guten Grip. Nein. Das wird ein lustiger Film. Das kann ich sagen. Alle landen im Dreck und schön in den Brennnesseln. Wie gesagt, wir fahren das erste Mal hier. Ich hätte mir endlich auch eine kurze Hose anziehen sollen. Und schon ist er verschwunden. Ah, der Bohne. Mega. mega oh haha das ist echt schwierig das ist echt schwierig ja ja mal gucken ob man was anderes aufnehmen kann der park ist noch viel größer fangen wir hier durch fangen wir einmal hier nochmal fangen wir einmal 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 fangen der wurde eingeweiht fangen 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 Ich geh mal die Strecke ab, das ist auf jeden Fall richtig geil gemacht. Stefan und Mojave Kinings sind auch dabei. Gebt's hier einmal rum und dann geht's hier noch weiter. Bleib da! Alles gut! Und hier einmal rum. So, dann geht's hier einmal rein und hier einmal lang. So, das ist der höchste Punkt hier. Das ist der Skatepark. Mit Schaukel. Aber will ich nicht so filmen mit den Kinings. Dann geht's hier wieder runter. So, dann geht's hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020